1.200 Euro? Ja, der hat 100 Euro gesetzt. Ja gut, der ist ja auch ein Spasti, ey. Wer setzt denn 100 Euro? Ja, ne? Vor allem, der musste ihn auf irgendeinen übelsten Underdog gesetzt haben. Naja, lag oder kein Lack. Gleich wieder da. Ach ja, der wusste das. Ja, der hat das genau berechnet. Hat berechnet. Ach, jetzt hat er wieder keine Skins. Oh Gott, ich dachte schon. Och Mann, ey, so ein Sche... Ich dachte so wie... Oh, ich bin voll cool und töte die Ameren von hinten. Ja, blutzen mich hier, welche Idioten. Danke. So, 4. Wenn ich jetzt hatte, was ich Release Haben? Oh Gott, wo? Ich würde ausrasten. Ich bin halt in die Nose drauf. So, was machen wir als erstes? So, was machen wir als erstes? Na, A gehen, A gehen. Steh nicht so gut. Blitz. Tobi, was muss man so Musik zeigen? Ach, du hast die Distler. Ich smoke bitte. Ich geh short, lass mal drei lang zwei short. Was, gehen wir jetzt? A lang oder A kurz? Ja, drei auf lang, zwei auf kurz. Okay, dann geh ich noch kurz. Einer ist mit an der Ecke. Der kommt durch. Auf ihn. Das war gerade ein bisschen Fail. Irgendeiner ist CT oder so, er schießt und geht durch. Blitz einfach, Blitz einfach. Blitz einfach. Blitz einfach. Loll, ich schaße mal. Ich wollte nur nicht werden. Nih, ich guck short. Einer short, einer short. Oh, Junge, so viel. Loll. Was machst du denn? Zwei short. Der kommt. Kommt rum. Oh, easy. Oh, easy headshot, Alter. Puh. Da muss dich Tobi schon ein bisschen in Panik bringen. Da muss Tobi zu anstrengen. Da muss Tobi zu anstrengen. Geh mal B. Geh mal B. Ne, ich war aber auch fest der Überzeugung, dass nur noch einer lebte. Geh mal B. Geh mal Richtung B. Aber, äh, Richtung A. Aber langsam. Einer B. Zwei B. Zwei B. Zwei B. Zwei B. Zwei B. Zwei B? Zwei B. Also geht auf A, geht auf A. Easier zu picken. Geh mal nach Down A. Lang. Geh mal halt A. Water. Einer on support. Ja. Einer fort. Und support down. Mitte einer down. Ah ja da. Ah, ist clear soweit. Short down und mid down. Einer Mitte, einer Mitte. Wo genau bei, also äh, bei denen. Die Sitzung. Gonna ja noch mitbeleid. War der. Reizt, war der. Einerre. Heizt, hat der. Ich kann ja noch mitbeleid. Wer will die SSG haben? Ich kann mit der nicht spielen. Ich, ich, ich. Brauchst du dir selbst? Jo, ich kauf mir. Kein Ding. Sag mal wie wir jetzt B gehen. Wieder A, wieder A. Ja. 2-3 Was dann? Hups! Auf Schottenstand. Äh, Pits. Fuck. Oh Gott, Alter. Nein, wie viele Hits hab ich dem entgeben gerade? Scheiß, Lord, der hat mich mit Zeus gekillt. Mensch, der Headshot. Wo bist du denn? Beide auf. Äh, der ist runter CT gefahren. Okay. Geh mal B an. Ich hab mal eine AK. Der letzte hat noch eine AK. Geh mal B an. Geh mal B an. Okay. Geh aber über Tunnel. Mach ich. Geh mal B an. Geh mal B an. Wo soll ich gucken am besten? Am besten raus auf Mitte. Wo war er? Das kam sie gestern. Der ist TT. Der ist zu. Nice. Boah, der Headshot hat eine Gebrenne, ey. Ha. Ja. Das ist mehr Luck als Verstand da. Wo geht's lang? Wieder A. Immer A bis ich sage, ihr soll B gehen. Gut. Ich smoke wieder Mitte. Also ein bisschen Gegner denken. Wir sind nur noch A gehen. Ne, geht nicht so schnell. Geht nicht so schnell. Immer ein bisschen Zeit lassen, dass ich Mitte checken kann. Mitte steht ein Sniper. Aua. Habe ich dich getroffen? Nein, hast du nicht. Trotzdem. Dacht schon, Alter. Ich hab nicht gesehen, dass er von euch war. Einer, einer. 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 Oh mein Gott, der jumpt da immer, ey. Der hat durch ein AWP. Einer TT. Uff. Uff. Mit AWP, oder? Ja, sieht so aus. Smock. 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 Oh Mann, diesmal war er wieder gut gesetzt in mir. I'll throw you a grenade. Smock. 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 Ja, treib doch nicht, du hast die Bomme. Ja, der hat... LOL. Wo stand der denn, bitteschön? Da hinten. Was? Ich dachte, du hast es gehört. Wie aggressiv du dich hinten stehst. Und schießt dann, Alter. Richtig schlimm. Sorry, Mann. Komm, meine Galil-Action wieder. Der ändert nur 239 Kills. Alles Wettkampf. Nee, fast alles. Der wäre ab und zu mal mit... Angesittet. Einer. Zwei durch. Drei. Wieder nicht lang. Doch nicht. Ja, geht ihr mal kurz. Ich mach hier auch gut aus. Drei A besteht. Drei A besteht. Drei A besteht. Ich dachte, du hast gesmoked da. Okay, jetzt gehen wir. Angehittet. War es ein besserer, Galil oder P90? P90. Find ich. Aber ich kann mit Galil bis auf dem Gehüt. Aha, scheiße. On-Spot Aave. On-Spot? Guck lang. Hast du eine Waffe gehabt hier? Mit ist auch einer. Nee, ich hatte nur... Mit sind sogar zwei. Wo sind wir? Gehen wir jetzt hin? Ja, der ist... Der war Ramp. Scheiße. War... Ja, da komm ich jetzt nicht mehr. On-Spot Aave. Der steht da nach. Jetzt wirfst er eine Nade glaube ich. Wir müssen in der Luft extravieren. Ja, leid. Der ist schon hinter mir. So ne hohe Nate musst du gar nicht werfen, meinst du? Okay. Kannst vergehen, ist ja nicht wie ein Z. Äh, Z. Lass mal Equal Rush auf B machen. Nehme ich sogar meine coole Chlorade-Team. Appel, ich kenn die Appel. Kubi flasht alle voraus. Ich hab auch Panzer rum, hab ich fast gesagt. Ach du bist du Tank? Okay, gut. Ihr müsst euch nicht vor der Flash von Tobi umdrehen, dann wirft die nicht durch. Sicher. Durch, 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 durch. Die war nicht? Ja, scheiße. Awe liegt auf Terrasse. Okay, ja. Hast du die Awe gepickt? Ne, du hast es nicht gepickt. Ich hab irgendwas genommen, was nicht geht. Ja, ja. Ich hab was entschieden. Ich hab jemanden gegeben. Ich hab dich immer gebrochen. Ja, ja ne neunig in ein. Ja, ne neunig in ein. Ne neunig in ein, weißt du. Eine, ja. Ja. Bombpland wär halt nice gewesen, aber fast schon. Ja, ich konnte nicht. Ich weiß nicht, wo die sind da los. Ich bin ja einfach nur. Spekt durchgerannt. Bald direkt geblendet, ne? Ja, jetzt gehen wir wieder A-Split. Ja, ich geh mal im Fake-B, ja. Hier wird short. Einer war Mitte. Mitte steht ein Awe. Meinst du, lass mal Bomben hier liegen, falls du was kommen willst. Dann... Hab, du kannst Bomben mitnehmen. Halt, du willst, ich lege eine M4A1S. Hab A down ein. Was hast du gesagt? Da liegt eine M4A1S, wenn du die willst. A-Split sollte frei sein. Ist frei. Ja, plant ihn gleich. Alter, jetzt macht er. Einer mit, einer mit. Oh, Mann, der wäre jetzt nach vor mich gelaufen gerade, ey. Was, wie hat der es gemacht? Nie im Leben, Alter. Tante. Ja, der ist CT, glaub ich, richtig durch die Tür. Kommt wahrscheinlich short dann. Geht nicht beide auf so? Ja, ich dachte, er guckt runter und ich guck short. Okay. Oh, der Spray. Oh, Creedy as fuck, ey. Oh, Creedy as fuck, ey. Oh, Leute, da ist auch noch weh, bleib du... Oh, Leute, da ist auch noch weh, bleib du... Oh, Leute. Bleib, bleib du... Oh, Leute. Das war gerade richtig bad, einfach nur. Na gut. Leute, den hab ich nicht gesehen, das war richtig weh. Oh, ich war ziemlich aggressiv, ihr hättet euch einfach auf dem Spot vercampen sollen. Ist ja gewesen. Anton, kauf mir mal ne Aave. Was willst du denn haben dafür? Keine Ahnung, ich spiel immer Galir, weil der lässt gar nichts wie so ein... Wo wissen wir aber dort? Du kriegst die. Hier. Zwei durch. Sniper mit. Also es dürften nur zwei auf A sein, müsst ihr die eigentlich kriegen. Wieso hilft ihr denn keiner, Alter? Ihr seht ja... Ja, weil ich gerade noch ne Granate in der Hand hatte. Oh, rennt durch, rennt durch. Nicht mit der Kugel, nicht mit der Kugel. Oh, ich bin gesprungen. Er hat mich eben in der Luft gekehlt. Kopf! Oh, nee, Alter. Alter, wie kann das denn Granate in der Hand sein? Wie kann... Oh, wie hast... Oh, ja. Oh, nicht nachladen. Hinter dir, pass auf, nicht. Oh, nein, der war nice. Oh, nein, der war nice. Da, Shot. Oh, Gott. Der ist runtergesprungen. Entschuldigung auf mich. Alter, der ist doch nicht runtergesprungen. Ich wusste, ich hab's gesehen, dass er nicht runtergesprungen hätte. Oh, nee, ne. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Kannst du meinem Herz doch nicht antun, Tobi. Ah, extra. Sonst hättest du nicht getragen. Ich wär' ich da gar nicht hingekommen. 3 Leute waren... 2B, 1er sind in der Brau. Uh. 3. 2. 4. 3. 1. 7. Oh Gott, der ist nicht so weit, der ist nicht einmal getroffen. Ist nicht so gut gelaufen, ne? Normalerweise kriegst du den am Anfang immer richtig schnell, weil er immer seine Mütze da rausguckt. Na leil. Hey, ich war halt zu schnell. Der ist ja gerade lang gelaufen und hat mir halt so drive by mitgegeben. Drive by, tot was? Ico, Ico, Ico nix kaufen. Na egal. Du hast eh ne bessere Money-Bilanz als wir. Lass mal rushen auf Kings. Ich hab keinen, hat einer. Ich hab, ich hab, ich hab. Oh Watson hat das. Ah, der war scheiße. Die Bombe. K und... Ich weiß nicht, wo ich bin. Terrasse, Terrasse. Wir blocken doch die ganzen. Kann ich aber sterben? Tor. Ich krieg die Bombe da noch. Hinter uns. Ja, ich wollte die Bombe da. Da bin ich aber auch irgendwie gut geworden. Er kommt da runter, er kommt raus. Warte, die Bombe ist da... Ohne Scheiße. Der ist zu mir. Nee, ich habe. Oh. Ja, falls krieg ich nicht mehr. Da hab ich nicht dran gedacht, tut mir leid. Ja, ja. Erstmal weg können, ne? Wir haben die Ico gewonnen, das war schon alles in Ordnung. Was? Krieg ich meine... 4 wieder. Nee. Kein Problem. Dann werde ich die mitwerken. So, die ist aber jetzt... Jawohl. Probier, pass mit darauf. Da stand immer ein Sniper die letzte Runden. Das kann nicht wahr sein, dann treffen die nicht mehr. Na, fort später ein Atem. Atem. Gott, das muss er so sehen. Scheiße. What the heck? What the heck? Alter, hab ich mich ja... Slow ins Spiel. Einer CT. Zwei Short, glaube ich. 41 km. Letzter. Man, ich... Nix kaufen, haben keinen Money. Guck, der kann da. Haben wir nicht? Ne, Ico. Eco. Na, die Iberien. Tobi, du kannst ja versuchen irgendwie mit Deagle und Dingsbums... Flashbang. Ja, mach, mach ich schon gerade. Machen wir ihn auch. Flashbang? Flashbang? Nein, der Smoket auch. Soll ich mal gucken, ob ich über Mitte was machen kann? Oder soll ich trotzdem mitmachen? Lass mal, vielleicht können wir nochmal B. Einer Terrasse. Hinter euch. Nein, hinter mir. Der Smoket auch. Wohin doch einer. Einer ist im Tunnel. Fahr, der guckt. Der guckt nur. Jetzt kommt er. Nice Flashbang. Shit. Tobi, 1v1. Der andere ist noch full life wahrscheinlich. War der da? Scheiße. Was war er denn? Nach hinter dir? Nach hinter mir. Wahrscheinlich nicht aus dem Tunnel, ne? Egal, ich hab nur zwei mit Deagle geholt. Ne, wir haben 4er Klatschgumme. Ohne Dings. Da schlägt auch ein. Kriegt ne Granate. Scheiße man. Wollen wir vielleicht mal mit Waffen B probieren? Naja, ich glaub... Mag ich nicht. 2B. Einer Mitte. AWP Mitte. Der ist ganz rechts da. Der ist ganz rechts da. Um die Ecke. Lowage Speed. 20. Hat er noch eine Smoke? Einer schon. Pass auf euren Arsch. Ja. Ich bleibe. Oh fuck. Was ist das? 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 Scheiße. Beide CT. Eine und eine andere. Scheiße. Ich schließe sich daneben. Der nimmt Yasin auf Erholze. Eine Kacke, ey. Brauch Awe, ey. Ico. Oder? Ja. Ja. Oh Gott. Wann die Kacke. Lass mal über Mitte gehen. Ja. Die Awe nerven halt so krass, ne? Wir brauchen Bombenklentern. Kann Anta mir eine Awe holen. Mitte sind zwei. Ah shit. Gut. Provoziert die mal oben irgendwie, dass sie rumlauft. Schön. 2 Awe, 2 oder so. Nein, nein, nein. Ah shit. Wie kann der denn hin? Der hat mir einen Schuss gegeben. Easy, alter. Anton, kauf mir mal ne Awe. Ich dropp den. Ich kann ja einen kaufen. Oh ja. Ah ne. Mehr Geld. Galil bist du, ne? Er wäre Galil. Zwei Meter. Was? Ich war um die Ecke, man. Noch einer zu B durch. Lol. Der... Ja, da kann ich ja nix machen. Sechs. Treffer. Ja, die sitzen... Ich glaub, der hat andere einen Genuss gehabt, ey. Ist eine richtige Scheiße, ey. Das geht nicht. Die können nur hoffen, wenn die... ...rushen müssen, dass die dann mega schlecht sind. Werden sie auch einfach sein. Das merkst du doch jetzt schon. Ja, weil die einfach nur... Die spielen nur AWP, ey. Damit eigentlich nicht mal so gut. Aber naja. Ne, stimmt. Der Typ eben war schon gar nicht so schlecht, der Heller. Komm, ey. Ich hab die mit der Scout zu dritt weggeholt. Wohlen. Das kannst du doch nicht gut nennen. Boah! Hat er Tobi gesagt? Ich hab nix gesagt. Das war Jan. Was hat Jan gesagt? Good half. Ich geh lang. Ich geh lang. Ich geh B. Anton, Jakob... Ach, na okay. Tobi wirft B. Hey, wo willst du jetzt hin? Zwei lang, einer short und zwei B. Ich geh lang. Ich geh short. Ja auch. Let's go, Fee Phil. Ja, geht auf. Grenade out. Steps B. Schön. Ich schiebe. Noch einer B. Bombe ist gegen den Blitz. Boren hat aber auch schon gefüllt. Einer ist lang! Einer ist lang! Noah! Ja! Ja verschoben! Midbox! Short! 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 Ja die kommen auch hinter mir! Die kamen vor mir und hinter mir! Die sind drei jetzt an A! Plänen an A! CT einer! Wo geht das denn? Also! Wird noch! Ich hoffe dass die B kommen! Let's go! Let's go! Ah! Einer war Mitte! Ja! Ich höre nichts B! A ist einer mit der P90! Zwei! Dreie! Dreie! A kurz! Vier! A kurz! Vier! Oh der ist mit der P90! Ich hab den P90! Ah das ist so scheiße die Ecke da! Ja, kann aber wohl nicht wahr sein. Die Flicks sind noch hatered, weißt du das? Noch eine, Ico. Scheiße, sonst. Ja, dass wir die Pistol-Round verordnen haben, das hat uns zwei Runden gekostet. Ja, wieder ein XP. Lange war eine Scout. Bombe ist a Drop. No Tunnels. Was? Einer ist ab, no Tunnels, einer ist ab, no Tunnels. Alter, der ist hochgesprungen und hat mir erstmal ins Leben runtergezogen. Leute, lang kommt einer. Control ist ein Scout. Die Bombe liegt in der Mütze. Heißt, da gibt ihr mir nen Header ein. So, jetzt haben wir aber Waffen. Ich hab Awe auf langen. Deck defensiv. Botz. Die erste wichtige Runde jetzt. Boobie, 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 boobie. Aber lieber Kacken, aber Spirro Kacken. Ja, so ist ja. Scout Mitte. Lang hat jemand geschossen. Die ist gefährlich, weiß ich es eigentlich noch. Lang hat einer geflasht. Free, höre ich nix. Lang hat einer gesmockt. Okay, deswegen. Lang, zwei. Drei Shorts. Was macht denn ihr Shorts ey? Ja, ich hab genau jemanden in der Smoke geworfen. Und er stand, er wurde richtig erhitzt. Trampe ist schon. Wissen wir das sagen, wenn ihr bei der Shortdown geht. Ich hab das nicht gemerkt. Ja, dann gegen AKH. Ich hab ihm Header gegeben. Ich hab ihm zwei Header gegeben, oder was? Das kann ja nicht. 96 in zwei, Alter. Ist doch verarscht. Was ist das denn für ne Kacke ey? Voll ins Gesicht geschossen. Boah, was ne Kacke ey. War halt ein bisschen dumm, dass ihr ihr Shorts nicht gehalten gekriegt habt. Sonst hätten wir das gehabt. Lang war schon wieder ne Flash. Die Kombi nicht. So, den hab ich down gerusht. Das kann nicht wahr sein. Er trifft halt jedes Mal, Alter. Ihr rusht halt auch einfach zu schnell. Lang lass ich offen. Zwei Mitte. Oder kurz gegangen. Ne, die kommen über CT, glaub ich. Ja. Ne, die kommen über A lang. Hab ihr ins den Headshot bekommen? Wtf. Lang dann. Ja. Lauf auf A. Ne, das ist das kein Treffer. Ach man ey. Egal, neue Runde gleich. Gutes. Jetzt bin ich wenigstens warm ey. Hm. Glaub ich hätte in T-Side ein paar mehr Armen gebraucht, dann hätten wir mehr Runden gewonnen. Du. Blank down smoke. Blank down smoke. Ich will ja schreien. Das ist doch ein Witz. Leute. Das ist doch ein Witz. Der hat aber nicht mehr viel. Ich hab schon 67 gegeben. 67. Ich hab die 53 gegeben, dann fände ich einen anderen Angst zu haben. Die, ähm, Sniper, Dings. Ey, das ist noch K. Sechs Treffer, Mann! Der hat wohl hingehen, ne? Das ist eh letzte Wunde. Ja, ist. Sind los. Die sind weit hinten stehen, Alter. Egal. Jetzt interessieren mich aber noch die Ränge. Ja, mich auch. Ja.